Hallo ihr Lieben, ich teste heute für euch das neue Korni, den neuen Korni Brotaufstrich mit Banane und wie ihr seht, so sieht das Ganze aus. Und ja, jetzt öffnen wir das. Ich habe es schon mal vorgeöffnet, da war noch so eine Folie drüber und ja, so sieht das halt aus. Und wie es schmeckt, weiß ich nicht, ich kann es jetzt mal probieren. Ist, denke ich mal, auch ein bisschen Geschmackssache. So, jetzt müsste man das mal hier mit einer Hand rauskriegen. Hm, also wie ihr hört, da ist so ein bisschen, hm, sowas Knackiges drin, wie der Riegel halt eben auch hat. Und ja, schmeckt auch nach Banane. Und ich esse zwar sehr gerne zum Beispiel Bananen, aber ich trinke zum Beispiel auch nicht gerne Bananensaft oder so. Aber diese Mischung hier von dem Korni, das finde ich halt ganz lecker. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mögt, probiert es doch auch mal aus. Und ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Und ihr könnt ja mal dazu schreiben in die Kommentare, wie es euch, ja, mundet. Sagt man das so? Okay, also ihr wisst schon, schreibt mal in die Kommentare, ob es euch schmeckt oder nicht. Und ich sage dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Kati.